21 u2 und ich fange jetzt an aufzunehmen. Ich bin ja richtig gut am Start hier. Bitte lass mich alleine sein. Ich glaube der Trick sollte klappen. Ja, perfekt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge BadWords auf meinem Kanal. Heute mal wieder Lumberjack 4x2 alleine. Und ja, das ganze extrem spät. Hat auch einen Grund, ich war heute den ganzen Tag über weg. Aber ich halte natürlich mein Versprechen. Ich hoffe, dass diese Runde jetzt echt klappt, weil viel Zeit habe ich halt nicht mehr und das Video heute noch zu produzieren und hochzuladen. Das ist mein erster Versuch. Bin gerade auch erst nach Hause gekommen, hab auch noch die Jacke an oder alles. Aber ich habe auch eine Frage an euch mitgebracht. Ich habe jetzt den ganzen Monat über jeden Tag ein Video gemacht. Das war einfach als Comeback. Da habe ich ja auch so gesagt, dass ich zeigen möchte, ich bin wieder da. Hey. Aber dass mir auch von Anfang an bewusst war, dass ich das nicht durchziehen kann das ganze Jahr über bzw. meine restliche Zeit, die ich jetzt Video machen werde, war mir natürlich klar. Deswegen habe ich jetzt so zum Ende des Monats hin, zum Ende der Zeit, wo ich aufhöre täglich Videos zu machen. Ähm. Okay, rollt bitte jetzt zu mir hin. Okay, rollt bitte jetzt zu mir hin. Fuck it. Fuck it. Ich bin so schlecht. Ähm. Ja. Das war es zum Ende des Monats. Möchte ich euch jetzt fragen, ähm, was ihr lieber auf meinem Kanal gesehen habt. Auch mal chillige Runden, Bad Wars, einfach so. Oder halt wirklich lieber einfach nur die CW-Videos, die ich immer gebracht habe. Ähm. Dann wird natürlich seltener Content kommen, ähm, als wenn ich auch normale Runden hochladen würde. Weil, ähm, ja, wirklich hochladbar ein CW und, äh, ein CW zu finden, der auch zu gebrauchen ist. Alter, was ist los mit Timo Roth? Ey, schwitzen die nur auf mich. Gott, Alter. Ja, auf jeden Fall möchte ich, äh, dass ihr erstmal in die Kommentare schreibt, äh, wie ich das weiter handhaben werde. Natürlich werde ich dann die Videos hochladen, wenn ich Zeit, äh, dazu habe. Wenn ich Lust dazu habe. Und alles drum und dran. Äh, aber trotzdem möchte ich wissen, wie ihr dazu steht, was ihr sehen wollt. Und natürlich auch, wie ihr wollt, dass es weiter geht auf dem Kanal. Denn ihr guckt die Videos, äh, dementsprechend entscheidet ihr auch natürlich mit, was für ein Content auf diesem Kanal hier kommen soll. Ah, war das schmerzhaft. Gut, diesmal Fulikum machen, dann habe ich das Bett auch. Das sollte jetzt echt schnell gehen, bitte. Scheiße. Scheiße. Ich verkrafte mich die ganze Zeit. Vielleicht auch diesmal einen Stick mitnehmen, ich weiß es nicht. Eigentlich ist es nicht klug, den Stackblöcke zu droppen. Komm, ich fick auf mein Bett, ey, ganz ehrlich. Die roten sind solche Memes. Targeten einen, der alleine ist, ey, ich glaube es auch. So, den haben wir. Okay, der rote ist low. Nice. Der blaue geht auch auf den. Und beide blauen sind unten in der Base. Ist das die blaue? Nein, die gelbe Base. Okay, das heißt, wir können sogar noch zur blaue gehen. Boah, das ist die Chance, das ist die Chance. Nein, der blaue wurde gekillt. Komm schon, Bro, flieg. So. Jetzt brauche ich auf jeden Fall erstmal was zu essen. Danke für das Gold. Puh, okay. So viel dann erstmal dazu. Wir holen uns auf jeden Fall noch Blöcke und dann auf in die Mitte. Der rote sollte nicht viel Gold haben, da die blauen halt die Mitte hatten. Aber der zweite blaue könnte was haben. Towert sich auch gerade und will in meine Base gehen. Okay, nice. Den habe ich. Und auch der rote. Den können wir auch bekommen. Locker easy. Wir haben beste Brust. Zwar nur einen Sachschwert, aber egal. Er hat schnell durch Kalt gesoffen. So ein Arschloch. Und eine Rod hat er sich auch gekauft. Mein Gott, wie weit geht die Rod? Naja, der Sinn des Videos ist ja schon mal rübergebracht. Das heißt, ich muss mir schon mal keine Gedanken machen, dass der nicht rübergekommen ist. Und es ist mir diesmal auch egal, ob ich gewinne oder verliere. Weil ich einfach auch nicht genug Zeit habe, das Video hier wirklich noch ansonsten vernünftig rüberzubringen. Ich hoffe einfach, dass meine Hits jetzt mal besser sind als seine. Auch wenn es mit der Rod ein bisschen schwieriger wird. Und Schneidigkeit. Mies. Egal. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst doch so einen Daumen nach oben da und schreibt mir natürlich in die Kommentare, was ihr jetzt sehen wollt. Und ja, ansonsten habe ich wirklich nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm, dass das Video so spät kommt. Man sieht sich. Haut rein. Undts Streamica. Ich wünsche mir das Video. Ja, das ist ein bisschen mehr für mich. Ich wünsche mir. Ich wünsche mir das Video.